Die Schweiz als Digital Hub und Innovationslabor. Eine ehrgeizige Vision, aber bei 80 Patenten jährlich allein an der ETH nicht abwegig. Innovation ist für die Schweiz überlebensnotwendig. Sie ist Teil unserer DNA, sie ist Teil unserer Erfolgsgeschichte. Die Schweiz, ein Land ohne Ressourcen, ohne natürliche Ressourcen, ist darauf angewiesen, menschliche Ressourcen zu nutzen, Intelligenz, Kreativität, Unternehmertum, um eben Innovationen zu schaffen, die auf dem Weltmarkt verkaufsfähig sind. Das Schweizer Businessmodell, wenn ich das so ausdrücken darf, funktioniert nur, indem wir Spitzenprodukte anbieten. Nur dann können wir die sehr hohen Preise durchsetzen, die wir brauchen, um unseren Lebensstandard zu halten. Und so schliesst sich der Kreis. Die Schweiz ohne Innovation kann nicht die Schweiz sein. Damit die Schweiz ihren Spitzenplatz behält, darf sie sich nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Denn die Devise heisst, nicht nur innovativ sein, sondern auch innovativ bleiben.